Außer Außerdem Was ist der Unterschied? Außer ist hier eine Präposition. Außerdem ist eine Konjunktion. 15 plus 2 minus 17 Gleich 0. Das Minus ist außer. Außer bedeutet nur nicht, aber nicht. 15 plus 2 plus 17 Gleich 34. Das Plus ist außerdem. Außerdem bedeutet und auch. Beispiele Ich mag alle Kekse, außer Spekulatius. Ich mag alle Kekse, aber keine Spekulatius. Ich mag alle Kekse. Außerdem Schokolade, Bonbons, Chips. Ich mag alle Kekse und auch Schokolade, Bonbons, Chips. Er schreibt Bewerbungen an alle Firmen, außer Sonntag. Er schreibt Bewerbungen an alle Firmen, aber nicht an Sonntag. Er schreibt Bewerbungen an die Firma Reiser, außerdem an Sonntag. Er schreibt Bewerbungen an die Firma Reiser, und auch an Sonntag. Wir putzen uns jeden Tag die Zähne, außer Sonntags. Wir putzen uns jeden Tag die Zähne, aber nicht Sonntags. Wir putzen uns montags und dienstags die Zähne, auch sonntags. Wir putzen uns montags und dienstags die Zähne, auch sonntags. Gut gemacht! Gut gemacht! Gut gemacht! Gut gemacht! Gut gemacht! Vielen Dank.